Bockwurst. Alter, 50 Cent ist mit bei. Der spielt da eine Rolle. Okay, nehmen wir mal die Bockwurst. Zwei Iren, John und Sean, wollen am Samstagabend ein Trinken gehen. Als sie ihre Finanzen überprüfen, stellen sie fest, dass sie zusammen noch 50 Cent besitzen. Nicht genug für einen feuchtfröhlichen Abend. Plötzlich hat John eine Idee. Okay, er geht mit den 50 Cent in eine Metzgerei und kauft eine Bockwurst. Sean will ihn gerade für total bescheuert erklären lassen, als dieser sagt, lass uns mal zusammen in einen Pub gehen. Wir bestellen zwei Pins. Wir trinken aus. Dann gehst du vor mir auf die Knie, öffnest meinen Hosenschlitz und ziehst die Bockwurst, die ich in der Tasche habe, raus und nimmst sie in den Mund. Du wirst schon sehen, was passiert. Die beiden gehen in den Pub, trinken zwei Pins. Sean geht vor dem anderen auf die Knie und fängt an, die Bockwurst in den Mund zu nehmen und daran zu lutschen. Der Wirt sieht das, ist total sauer. Aus aus meinem Pub. Solche Sauereien dule ich nicht in meinem Laden. Raus und zwar sofort. Die beiden gehen raus. John sagt, und? Haben wir bezahlt? Nichts. Rein ins nächste Pub. Zwei Pins, austrinken, Bockwurstnummer, sofortiger Rausschmiss. Wieder nichts bezahlt. Nach zwölf weiteren Pubs lallt Sean John an. Ich kann nicht mehr. Erstens bin ich total besoffen und dann tut mir die Knie weh. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir die verdammten Knie wehtun. John antwortet, du und deine scheiß Knie. Was soll ich denn sagen? Ich habe nach dem sechsten Pub die scheiß Bockwurst verloren. Oh Mann, ja. Was sind das für Witze? Du kannst hier nur irgendwie ins Kurzen machen. Ich glaube, den kann man jetzt nicht mal toppen. Nee, auf keinen Fall. Naja, soviel dazu. Den nächsten Flachwitz gibt es beim nächsten Mal.